Johannes Itten, 1888 bis 1967 Komposition in Blau, 1918 Die 1918 gemalte Komposition in Blau ist ein Hauptwerk von Johannes Itten, der als künstlerischer Pionier neue Wege beschreitet. 1888 im oberen Emmental geboren, besucht Itten zunächst das Lehrerseminar Hofwiel in der Nähe von Bern. 1909 entschließt er sich, Künstler zu werden und studiert in Stuttgart bei Adolf Hölzel. 1916 zieht er nach Wien, gründet eine Kunstschule und entwickelt seine wegweisende Formen- und Farbenlehre. Dort entsteht auch unser Gemälde. Es zeigt eine bildfüllende, kristallartige Form, die mit ihrer hellen Spitze nach unten zeigt. Als ob sich das Licht prismatisch darin brechen würde, entfalten sich kleinteilige Farbfelder, helle und dunkle Zonen, eckige und runde Formen. Entsprechend dem Titel dominiert die Farbe Blau. Gerade Linien und Kreissektoren lassen das geometrische Gerüst, das Itten der Komposition zugrunde gelegt hat, erahnen. In der Bildmitte schneiden sich eine horizontale und eine vertikale mit symmetrisch von oben einfallenden Diagonalen. Als hellste Zone des Bildes fällt ein Hochrechteck auf, dessen Strahlkraft durch die angrenzenden schwarzen Partien gesteigert wird. Entlang der Schreikanten des Kristalls entfalten sich Farbfächer unterschiedlicher Größen und Farbklänge. Spielerisch setzt Itten in unserem Bild seine Erkenntnisse der Farbenlehre um. Analog zum Farbkreis lässt er in der Mitte der Komposition die Primärfarben Rot, Gelb und Blau auftreten. Die Komplementärfarben Blau und Orange und Violett und Gelb treffen in runden Scheiben oder Quadraten aufeinander. 1915 notiert Itten, der Maler hat die Ausdrucksmittel, Linien, Formen, hell-dunkel und Farben. Wie er mit diesen durch gute Proportionen, Formverhältnisse und Verteilungen von Farbkontrasten ein lebendiges, ausdrucksvolles Ganzes erschafft, macht seine Künstlerarbeit aus. Ittens Schaffen, seine Lehre und sein ganzheitliches Lebenskonzept führen 1919 zu seiner Berufung an das staatliche Bauhaus in Weimar, wo er den gestalterischen Vorkurs etabliert. In der Folge unterrichtet er an Kunstschulen in Berlin und Krefeld, die jedoch von den Nationalsozialisten geschlossen werden. Zurück in der Schweiz wird Itten als langjähriger Direktor der Kunstgewerbeschule in Zürich zu einer prägenden Figur der Kunstpädagogik. Das Kunstmuseum Bern beherbergt die Johannes Itten Stiftung, die 1992 von Anneliese Itten, der Witwe des Künstlers, gegründet wurde. Das Stiftungsgut umfasst unter anderem über 100 Arbeiten von Johannes Itten und seine Tagebücher. Unser Gemälde jedoch gelangte 1967 als Depositum der Gottfried Keller Stiftung in die Sammlung des Kunstmuseums Bern. Besuchen Sie das Kunstmuseum Bern und sehen Sie die Werke im Original. Und laden Sie unsere Gratis-App Museen Bern aus dem App Store herunter. FR-Rod! Then kommen Sie andere zur Formen Entente. Dort Mmm-Tip. Da ist nichts.